Mein Name ist Thomas Heinen. Wir befinden uns hier in Wegberg im Rheinland in der Nähe von Düsseldorf bei der Lederfabrik Heinen. Wir produzieren als letzter vollstufiger Oberledergerber hier in Deutschland noch Leder. Wir produzieren mit ca. 100 Mitarbeitern hier an diesem Standort, der vor knapp 125 Jahren von meinem Urgroßvater gegründet worden ist. Wir legen besonderen Wert auf die ökologische Produktion von Leder. Wenn es um das Thema Ökologie geht, ist uns besonders wichtig der Wasserverbrauch, der Energieverbrauch, der Einsatz der richtigen sauberen Chemikalien und natürlich auch der vernünftige Umgang mit unseren Mitarbeitern, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, wo leider auch sehr viel Leder herkommt.